Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Bad Bentheim nach Bielefeld. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Schütthorf, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Salzbergen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Rheine. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Torsten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Ebenbüren-Isch, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Ebenbüren-Lagenbeck, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Osnabrück-Altstadt, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Osnabrück-Hauptbahnhof. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Wissingen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Westerhausen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Mell, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Bruchmühlen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Bündel-Westfalen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Kirchlängern, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Hittenhausen-Schweicheln, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Herford. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Brake, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Bielefeld Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Rheinl nach Münster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Rheinl-Mesum, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Emstetten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Reckenfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Greven, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Münster Zentrum Nord, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Münster Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Osnabrück nach Münster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Hasbergen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Natrup-Hagen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Lengerich, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Kattenfenne, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Ostbewer, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Westbewer, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Münster Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Herford nach Paderborn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Bad Salz-Uffle, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Schöttmar, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Syllbach, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Lage, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Detmold, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Horn-Bad Meinberg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Leopoldtal, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Sandebeck, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Altenbecken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Paderborn Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Paderborn nach Herford. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station, Herford. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links.